Hallo Leute, Willkommen auf unserem Kanal. Es war's für Leben. Heute machen wir eine Telepathie Challenge mit Milch-Checks. Und heute haben wir, äh, äh, wir haben hier schon was stehen. Müllarmulch. Hier einmal Erdbeere, Schokolade und Banane. Ja. Ja. So, und jetzt muss... Ich fang an. Ihr müsst ihr rausfinden, was der andere... Am besten macht ihr schnick-schnack-schnuck. Nice. Ja, dann fang du an, dann ist die Zoe gleich dran. Ja, und jetzt du, Zoe, was hat der Laron genommen? Nein! Nein! Jetzt musst du Banane nehmen und der Laron Schoko. Wir haben hier Eis stehen. Äh, einmal hier, äh, Erdbeere, Vanille, Schokolade, Schokolade und Vanille. Ja, ist einmal gemischt, weil wir keine Erdbeer gekriegt haben. Jetzt bin ich dran. Ja, darf die Zoe überlegen, was... Du... Nimmst... Ne, du musst jetzt überlegen, was die Zoe nimmt. Ja. Ja. Hab... Du musst jetzt Schoko nehmen. Er hat... Er wollte Schoko nehmen. Mhm. Ich wusste es, aber ich... Ich war mir nicht sicher, weil du so ein Schokomonster bist. Ich mag keine Schokolade. Doch, du magst ja voll Schokolade. Wie macht man das aus? Wie du... Wie macht da ein bisschen was dann in die Schüssel, ne? Ein Löffel, ne? Dann steht es 1-1, ne? So viel, wie du willst, aber nicht... Nicht den ganzen Pott. Ja, mach den Deckel drauf, jetzt gehst du aber nicht wieder da rein, ne? Mhm. Schokolade. Okay. Ich wollte halt Schoko. Soll ich den Löffel da rein tun, oder? Ähm, leg den mal an die Seite. Vielleicht... So, nächste Runde. Nächste Runde, wir haben hier Burette, Buenu und Kinder. Ja. Und ich darf jetzt auch schicken. Mhm. Ich hab noch... Nee. Hat er? Ja. Ich hab da einen müssen. Mhm. Genau. Ich hab heute Woche froh, eh nur das Ding. Ich könnte da ja in der Mitte durchsprechen. Eine Hälfte, oder? Kommt ja da auch was in die Schüssel. Mhm. Ja, halb so. Mh. 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 Okay. Ich weiß nicht, ob ihr die Kekse vielleicht ein bisschen kleiner machen müsst. Die nächste... Runde. Runde Nummer... Erdbeeren und Kiwi. Erdbeeren und Kiwi. Erdbeeren und Duweintraub. Aber ich bin gegen die Erlache, kläge ich die Sachen leider. Aber nicht gegen Erdbeeren. Ja, aber nicht gegen Erdbeeren. Doch, gegen Erdbeeren auch. Mhm. Das ist auch das Spiel. So, dann Runde Nummer 6. Glaube ich dann die vorletzte Runde. Na gut. Also wir haben jetzt hier Apfelsaft und Vitaminsaft, oder? Mh. Mh. Ja. Du? Äh... Ja, guck sie bitte weg. Guck weg. Mh. Wird nicht gefuddelt. Bist du auf? Guck mal. Steffi? Mh. Nee. Mh. Du? Nein, da... Soja hat Apfelsaft. Ein. Nur ein Schluck. So viel wie du willst. Mh. Ich hab alles reingemacht. Okay. Dann Runde Nummer 7. Sieben! Wir haben Kinnabinoin. Und dieses Schokofresh. Und Milch. Und ich spann wieder auf. Mh. 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 Ich lieb mir nicht mehr. Entschuldigung. Äh... Ich glaube, das wird sich auch lösen. Mh. Kann sein. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man sich auch noch die Karte reinmachen? Mh. 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 Kannst du machen wie du willst. Weil ihr müsst das Trinken nicht ich. Mh. Du wirst aber probieren müssen. Nein. Doch? Wenn du willst? Mh. 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 Ich hoffe, das passt da alles rein, weil ich denke mal nicht. Nee, nur so viel wie reinpasst, ne? Dann noch ein paar Brückchen. Nee, das ist nur der Kugel. Ich habe Angst! So, jetzt kommt mein Teil, jetzt tun wir ihn so drinnen ansteigen. Großes Glas, von drüben. Deckel, ne? Nicht ohne Deckel. Jetzt können wir nämlich neu anstreichen. Ist er richtig zu? Richtig eingerastet. Ja. Aber ich weiß, wie ist er jetzt nicht? Ja, der müsste jetzt... ...werdlich sein. Mal gucken. Schön, Stückchen. Na, dann räumt man die Schüsseln im Vordergrund ein bisschen zur Seite. Ich bin jetzt echt gespannt. Na, und den Trink kann man nicht sehen, weil die Schüsseln davor stehen. Ja. Das schmeckt richtig gut. Mhm. Das probieren wir mal gegenseitig. Doch. Mh, ich schmeckt eins. Hallo. So, und jetzt gibst du den der Sohe wieder. Mir schmeckt das nicht von mir ab. Das schmeckt süß, süß, sauer. So. Tschüß. Tschüß. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann noch um. Dann vergesst ich unseren Kanal. Ich habe nur noch nicht die Flacke zu aktivieren. Tschüß. Tschüß. Tschüß.